um so leute dass wir wieder zurück mit dem kampf der hat man fast in die Fresse getreten wir kämpfen mit Weisgau das ist gar nicht das er neben uns ist lass mich einruhe ich hab dir nichts getan Weisgau ich war nicht schuld am Tod deiner Mutter kennst du eigentlich die Taktik ne? ja jetzt kennen wir es ja jetzt hübsch mal wie er daunt wird wie ich nicht ja ist ja gut quatsch mit dem kopf wo ist er der Kerl? von mir? oh oh er ist hinter uns ist er denn so blind oder? ne doch nicht naja geh hinter mir noch ich bin Hallo warte ich schieße win ja was treffen wow warte ich was wie getroffen ey ich erwischt es auch nicht warte ich glaub mal nach meine Warte ich glaub nur mal schießen bringt sich gar nicht so wenig oh ja oh ja die ist das schon Hilfe Hilfe der ist echt voll blind da sollen wir die Sonnenpläne runter machen ah der eh schon das ist ja nur die mit superiore DNA wird werden von du hast ihn gelockt? ja ey der hat das nicht wieder angemacht ohne das geht es nicht ja ja er hat es gerade das Weg gedreht noch ich mach es auch wieder irgendwas aus ich mach es wieder an ah oh oh er will mich hauen warte ich lock ihn weg jetzt hör auf warte ich mach was hier drüben ist dunkel irgendwie will er mich hauen jetzt komm 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 jetzt 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 geht nicht ja 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 mach ein Treffen das gibt es nicht das gibt es nicht hat er im letzten Moment ausgewichen na warte ich hol mir mal einen Moni von oben ne bleib du unten und weißt du nicht wohl ich beschäftige ihn oh und was sagt er zu? oh er ist ja so gesprächig ja erzähl ich gerade von seiner Frau ja die ist ne ziemlich geblicksal mein Gott die Vögel nur mit den anderen rum aber ja auch im Wesker hat gleiche Probleme wie wir ja das stimmt er hat gemeint er will sich mal den Jill ausleihen aber den gebe ich dir nicht he und eine Einladung zum Dreier hat er mir auch gegeben aber mag ich da er ist auch mit dem ich auch ableben bei 3 ne danke er kriegt die alle weg die Böder wir kommen wir kommen wir kommen jetzt ja 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 das klappt erst beim zweiten oder dringend mal glaube ich also zwei dreimal bis wo noch okay aber wir haben es mal geschafft ja wir sind gut warte geht hinterher das ist nicht gut ja ich glaube ich bin der Veskerle hier mein Freund ja genau schön ja sehr schön locket ja aber ich habe die Zeit für mich hier bin ich hier bin ich das war auch doof dass er immer hoch lascht ja wuuu du schaffst das versteckt ich bin fünf Meter vor dir du bin der runter du bist kein Gott du bist kein Gott wenn er ein Gott wird dann wird er versehen yes er schieß drauf ja sehr schnell ich pack ihn ich pack ihn ich pack ihn ich pack ihn oh ja oh ja ich hab ihn yes das war's man das war's schon ja tch schwacher Vesker funktioniert? ich denke so wer hat denn Übeldosis erwischt? das ist nicht vorbei Chris boah das ist das Flugzeug da ist ja geil gell ja ja Mann die Schäferer ich habe gedacht ich habe gedacht die schwarzen laufen immer so schnell jawohl Schäferer die Arsch ist zufrieden ja 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 jetzt wird's hart auf den Flugzeug oh nee Mach dir bereit zum Drücken. Bura-Buras werden in die Atmosphäre veröffentlicht, um die globalen Saturation zu verhindern. Weißt du wieso ich gefehlt bin? Mir ist V da gestanden für die Tastatur. Weil der Scheiß umgewandelt hat auf die Tastatur. Jetzt habe ich nur V gesehen. Ja, halt den Maul erstmal. Hättest du gefehlt? Ich dachte das wäre deine Ausreichsgewand. Beide müssen wir. Echt? Ach so ist mir vorhin gar nicht offen. Hahaha. Wenigstens fehlen wir beide. Ja eben. Ja eben. Ja ist gut, weil es gab, wir wissen was. Ich weiß immer noch nicht was zu sagen. Yes. Au. Oh, der Riss bekommt es richtig aufs Maul. Ja voll geil. Und die Scherbe bekommt zwischen die Beine. Wir können ihn einfach abknallen. Aber er will nicht. Ich werde sein. Ich werde sein. Nein. Das ist aber immer so bei mir. Schön schön. Ja. Ich habe genug von deinem Scheiß. Ja. Ich habe genug von deinem Scheiß. Ich muss dir Deckung geben. Nice. Schön. Ja. Du bist so kurz vor dem Ende. Ja. Jetzt musst du mich auch retten, soweit ich weiß. Oh, ich überlege. Nur wenn die Beine breit macht sie selber. Abgedrückt. Hey, ich hab gedrückt! Hey! Habt doch gedrückt, verdammte Scheiße! Ja, aber ich hab's auch gehört. Ich hab sogar gehört, dass du gedrückt hast. Eben. Du musst mir jetzt alles nochmal von neu machen. Ja, voll. Scheiße! Habt gedrückt, verdammte Scheiße! Stimmt. Ich hab's sogar gehört. Eben, man hat's sogar gehört. Eben. Mann! Ist ja egal. Ja, mir deckt das auf. Ja, 10 Minuten ist in der Zwischenzeit. Ja, dann passt sie. Hey, das können wir, glaub ich, auch überstehen. Ja. Also, besprechen wir, wie's geht. Was ist das? Mach mal schnell auf. Mach mal schnell auf. Mach mal schnell auf. so jetzt ja jetzt steht er festhalten oder drücken ich glaube eigentlich nur drücken drückst halt öfter hab ja was soll der scheiß ist der controller nein was steht denn zum drücken lt und rt und die prüge alle beide was soll denn das ist keine ahnung mann egal wach es doch doch mal ja versuchen wir es nochmals machen wir den karten machen es aufs kopf wird es nicht so geht gibt es ja nicht Ja, ist ja gut. Komm, schneller. Soll jetzt. Soll es jetzt drücken oder gedrückt halten? Was soll der Scheiß? Wieso geht das nicht? Keine Ahnung. Machen wir's offscreen? Ja. Okay, warte, dann stoppe ich die Uhr. Okay, Leute, wir machen kurzen Cards out, wir machen das offscreen. Soll Scheiß? Wir nehmen gleich wieder an entsprechender Stelle auf. Ja, wenn wir hier mal so weit kommen. Ciao.